Was geht meine lieben Soccer Junkies, euer Hanno ist wieder hier, heute mal zu einem kleinen Mario Kart Tour Video. Ich nehme das ganze hier mit App Mirror auf, mal einfach zum Test wie das ist. Nicht wundern, dass der Sound sich so komisch anhört und zwar den Sound kann ich leider nur über das Mikrofon abhören, weil ich glaube ich mir hier irgendwie eine Verbindung zum PC dafür erstmal kaufen, dass ich dann den Sound übertragen kann, weil das ganze nicht hier über die App geht, was ich aber allerdings jetzt versuchen werde. Also ich kann einmal das ganze hier mit meinem Handy selbst steuern, wie man sieht, und einmal, wie man auch sieht, mit dem PC. Wir versuchen mal ein bisschen hier diese beiden Dings, also das hier jetzt zu packen und dazu fangen wir erstmal damit an. Ich lege das Handy einfach mal jetzt hier ans Mikrofon ran, bin mal gespannt wie im Nachhinein die Sound-Quali sein wird und dann fangen wir erstmal hier mit an. Ich würde jetzt erstmal überhaupt eine provisorischen Lösung, weil ich würd ganz gerne, wirklich ganz gerne, Ich würde gerne einfach das Spiel aufnehmen, zeigen können. Und da das mit BlueStacks nicht wählt, dann ist das f***ing, ne? Sie läuft an sich mehr oder weniger ziemlich flüssig, muss ich sagen. Könnte besser sein. Finde ich jedenfalls, aber es ist ein Anfang. Oh, Lacktab. Oh, nein. Super. Ja, was sind dann die eigenen Bomben? Das ist nicht so gut für mich. Gut. Jetzt versuchen wir das Ganze mal in der nächsten Runde mit... Tastendruck. Also per Touchscreen so. Ich finde es mehr oder weniger für eine provisorische Lösung, dass man, ich sag mal, so ein Capture-Kabel hat oder sowas, finde ich es eigentlich doch in Ordnung. Also, wie man das einstellt und so, findet ihr easy auf YouTube. Sogar in Deutsch. Wirklich wunderbar. Ich gucke aber jetzt auf ein Handy-Display. Wirklich aufs Handy. Ist mir halt wirklich lieber. Weil ich weiß nicht, wie die Übersetzung hier ist. Ich denke mal, das hat so eine leichte Verzögerung. Wird nicht eins zu eins genau sein. Na, das war mies von mir. Das war wirklich mies. Ja, aber klar, dass er jetzt mit einem Partei kommt. Was ist egal. So, ob ich den Rekord knacken kann. Nein. Ach. Also erster werde ich nicht mehr. Oh, vielleicht geht's weiter. Komm, noch ein paar Punkte raus. Ah, Rekord nicht geknackt. Okay. Aber das ist fast eins zu eins. Also wirklich fast eins zu eins. Nur vielleicht Mikrosekunden inzwischen. Aber in-game können die halt schon entscheidend sein. So, das war es eigentlich von diesem Video. Ist halt ein kleiner Test. Ich bin mal gespannt. Vielleicht habt ihr noch Tipps und Tricks für mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich bin raus. Tschüss. Schreie hoch.